Sorry, dass ich so viel rede, aber ich hab einfach keine Lust mehr zu wichsen. Ich bin bald 40. Ich bin schon längst tot, Alter. Prost. Geschlechtsverkehr ist eine sehr schöne Sache. Und je natürlicher ihr damit umgeht, desto mehr Freude werdet ihr am Körper des anderen haben. Ich hab mir auf meiner Mutter einen runtergeholt. Warum hast du mich eigentlich nie geküsst? Willst du mich jetzt vielleicht küssen? Ich glaub schon. Ich hab sofort gemerkt, dass es ein Schuss in den Ofen war. There's a phone call in Germany. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich verliebt in dich war. Ich glaub, es fing an mit 5. Es hört eigentlich nie auf. Du willst eingeäschert werden? Der Rest von dir kommt in die Tüte. Elementarteilchen mit Christian Ulmen und Moritz Bleibtreu. Heute, 20.15 Uhr auf S1.